Ich glaube, ich bräuchte dann immer wieder mal Besuch von meiner Familie, jetzt mal abgesehen davon, aber so könnte ich mir das vorstellen. Den Rick in diesem Film würde ich so beschreiben, er ist ein Mann, der alleine lebt und auf einem guten Weg ist, zu sich selbst gefunden zu haben und aber auch merkt, als Julia auftaucht, was ihm vielleicht auch fehlt. Reindrücken, ganz nach rechts und nach hinten. Muss ich auch Abracadabra sagen. Bei allem, was er durch sein Leben in der Natur wieder für sich entdeckt hat, auch merkt, wie er die Zweisamkeit immer mehr schätzen lernt und ich mag besonders an ihm, dass er so ein bisschen grummelig, maulfaul vor sich hin lümmeln darf, aber dann zum Schluss eben auch die Kurve kriegt zu einem charmanten Mann, den man auch vielleicht gerne heiraten sieht. Liebe ist für mich aufmachen und loslassen. Wo sind wir? Ich fahr uns gleich nach Hause, also zu mir nach Hause. Ach, wenn ich ehrlich bin, habe ich im Moment nicht viel mehr zu Hause als Fisherman's Cove.